Musik 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 Was haben wir denn hier? Kiefermacht Kiefermacht Oh ja, ist in Ordnung Ja, klar, abgebrochen Es war doch eigentlich schon fast offen, Mann Kann doch nicht sein, komm Musik Geht doch Keine Ahnung, was Kiefermacht ist Ihr hättet nie herkommen sollen Was? Ist das schon... Mhm Ja Ja Ja, ist in Ordnung, schieb mich doch hier nicht weg Okay Okay, hier geht's Nur ein bisschen... Alter Mhm Mhm Hoch-Elf Okay Experte Mhm 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 Jedenfalls da Okay, ein Stück weiter Noch ein Stück War zu weit War zu weit Wo ist das hin? Hä? Achso, weit hinten war doch Okay Geht doch Geht doch Nimmer, nimmer Nimmer Dieser Hund, der schieb mich die ganze Zeit weg Ich habe mich gerade verriegelt Okay Hier geht's weiter Ach, tu Ist da jemand Nein Boah, Alter Hier drüben Das war schon alles Völlig Tja 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 Um Tja 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 An Tja Okay hier geht es wie es aussieht auch weiter ich lade aber erstmal hier runter die Tür ist hier versperrt hier geht es hier runter hier brauche ich aber eine Fackel und sehe ich hier gar nicht mehr ach, da geht es auch nur weiter da auch ja, ist lebe fest, ok 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 nun dann gucken wir hier rein hier müsste es ja dann theoretisch hier hingehen ja für Banditen haben die die nicht sorgfältig durchsucht mhm hey, auffassen mhm, ok haben wir hier unten schon mal einen Gang abgehakt der zweite Gang, die gehen wir jetzt hier gleich lang gucken was hier drin ist ok ok, hier kommt man also hier wieder raus gut, dann haben wir alle Gänge hier abgehakt und gehen natürlich hier weiter komisch gestapelt ah man, naja ok, hier nach unten geht es weiter ok ok, hier ist es hier haben wir hier drinnen natürlich Gold ok ok aber hier ging es doch irgendwo hoch Schleifstein irgendwie ganz schön blöd palaziert aber ja ohne 11 Gulden ne kleintuch kleintuch ok ging es hier weiter und weiter runter ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlangen ausgewogen das reicht doch nicht, oder? ja hat's ja pick oh nicht schön ich mhm 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 jetzt sind wir weiter nach unten ja ist das aber eine überraschung mhm 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 wo iss wir kommen Mantare zu schulen echt wär mhm mhm m investir m m m m Und den die jetzt durchsuchen werden muss, noch ein hoher Brief, okay. Noch ein hoher Brief, okay. Gut, gut, gut. Heilung. Äpfel brauchen wir nicht. Ein bisschen mehr, noch ein bisschen allein. Cool, mehr. Kattoppel nehmen wir mit. Cool. Tomaten. Experte, ach. Schon wieder. Ja. Okay, nach der linken Seite. Zack, offen. Warum habt ihr denn hier eigentlich alles abgeschlossen, Jungs? Leeres Fass. Fass, Kohl. Fass, Tomate. Leer. Nordmilch nehmen wir. Nordmilch. Nordmilch. Leeres Fass. Leeres Fass. Leeres Fass. Rien von Camarthe. Misch-Taktiken. Das für ein Moment. Kein ist Akavir. Grüne Apfel brauchen wir auch nicht. Kartoffeln nehmen wir. Leeres Fass. Leeres Fass weiter. Kommen wir hier mal einen Schnellspeicherpunkt rein. Und nehmen wir uns wieder einen Drachen-Schild. Tut mir leid. Wenn du mich angreifst. Einfach so. Facken. Experte aufschließen. Meister aufschließen. Junge. So, weiter geht. Weiter, weiter, weiter. Spitzhacke. Hm. Ja, halt. Haben wir uns schon. Apfelstür. Hi. Hi. Ist da jemand? Auf die Linie anzuschreiben. Wo ist ein echter Hund hin? Na ja. Wie, mit ihren Schlössern? er ist ja alles hat geschliffen meintens voreilig geht auch mal hier in der Rüstung ein ungewöhnlich stein ist natürlich selten das ist wirklich selten Dieb der Tugend Nehmer, Nehmer ja da ist eine Falle drin das war nicht was für eine Falle aber ja ok hätte zwar trotzdem erwischt aber naja sind die wahrscheinlich gerade erst hier landet, ne, dass hier noch alles so rumliegt Hallo Oh, Schlaf hier mal Ja, da kamen nämlich viele hier. Ja, da kamen nämlich hier. Ja, da kamen. Ja, da kamen. Ja, da kamen. Hier wartet uns einer. Ja gut. Nehmen wir, nehmen wir. Kurz mal den Fackel rein. Da war noch was. Stahlkreiser. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal hier Waffen. Nutzschwert kann weg. Stahlkreiser kann weg. Gut. Und wir hatten doch, glaube ich, irgendwas sonstiges, was wir jetzt hier mit ihnen immer haben. Nämlich den Korb. Gut. Weg. Weiter. Meeren erstmal. Weiß man nicht warum, aber ich hab mich verdrückt. Aber erstmal nerven. Nehmer. Nordmäh. Nehmer auch. Nehmer. 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 Ein Teil, ja. Weil ich aus dem Segen ja uns alle vier. Ich renne genau. Oh. Natürlich. Aber hier, kennst du hier nur's weg. Nehmer alles mit. Wein, Wein, Wein. Wein. War hier auch ein Hammer mit ihnen. Aber noch so mal nicht voll. Also... Lässt ich den drin bis ich nächstes Mal irgendein Fehl ein. Irgendwas nächstes Mal. Okay. Ich hab davor gewarnt worden, ja. Wir machen die Zeit mit dem Vorweg. Guck mal hier. Ein Theo Wein. Komischer Tröllschäd. Nehmer. Nehmer. Die Heils haben gesessen. To Lara. Was ist das denn? Okay. Nehmer erstmal mit. Die Wolfskönigin. Mhm. Ich war auch mit. Ich fuhr zu. assignments. resonates. Also kommt die nächste Ahnung. Bist du mit? Ja. Ja. Fertig. Du. Ja. 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 Da wird in Nordruss zu gravierter Nordhelm. Feuerbrunst, alter. Ist natürlich. Stark, ah, komm. Nehmen wir Gitter und Kulte. Toll. Brauchen wir nicht weiter. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ah. Au. Ein paar Teilen sind hier. Ja, mal. Reicht's jetzt, ja? Wenn wir hinfallen. Aha. Ja, ich habe hier. Gut. Oh. Okay. Amnur. Gut. Okay. Das hier. Wie es aussieht, sind das die Teilen, die dafür hier. geht. Okay. Wie es aussieht. Mal zoomen. schön. Ah. Okay. Und, ja. Ne? So haben wir die Kiefernwacht auch abgeschlossen. Na ja. Also Leute. Loomen. Ja. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch die Links findet ihr in der Beschreibung. in der Beschreibung. Währende die Mühle hier in der Beschreibung. Vielen Dank.